Tja, ein wirklich bewegtes Wochenende mit dem Trump-Attentat. Die Umfragewerte an den Wettmärkten sind in Folge deutlich gestiegen. Das war übrigens ein ähnliches Szenario bei dem Attentat auf Ronald Reagan im März 1981. Damals zog die Zustimmung für ihn unmittelbar um sieben Punkte an. Wenn man sich aktuell die Wettmärkte mal anschaut, hier eine Grafik von Predicted. Wir sehen ganz oben Donald Trump. Er hatte schon einen Vorsprung vor Biden, vor den tragischen Ereignissen vom Wochenende. Biden und Harris sind aber weit abgehängt. Es wird immer klarer, dass Donald Trump wohl der nächste Präsident oder wieder Präsident der Vereinigten Staaten wird. Und die Wahrscheinlichkeit wächst auch, dass die Republikaner die Mehrheit im Senat und Repräsentantenhaus gewinnen. Schaut man sich die Medienberichterstattung heute Morgen mal an, dann wächst der Zuspruch hier. Unter anderem berichtet auch Politico, dass die Chancen von Trump nach dem Anschlag verbessert werden dürften. Gleichzeitig sieht man, dass die Demokraten auf verlorenen Posten sind, zumal Biden verbissen an seiner Präsidentschaft festhält. Schlechte Karten also. Für die Demokraten und der Wall Street ist vor allen Dingen eins wichtig, dass nämlich Klarheit herrscht. Wenn ein Kandidat weiter vorne liegt, kann man wesentlich besser abschätzen, was denn tatsächlich passieren wird. Wie wird die Politik aussehen? Die Finanzindustrie zum Beispiel dürfte bei Trump im Weißen Haus von dem Thema Deregulierung deutlich profitieren. Der Inflation Reduction Act ist in weiten Teilen sicher. Aber Trump ist kein großer Fan von grüner Energie. Die Solarwerte also könnten hier ein bisschen mehr Gegenwind bekommen, während die traditionellen Energiekonzerne mehr Drilling- und Bohrrechte bekommen dürften unter Trump. Also der Aktienmarkt profitiert zum einen vom stärkeren Vorsprung einer der beiden Kandidaten. Der zweite Faktor, wir haben heute um 18 Uhr eine Rede, eine Diskussionsrunde mit US-Notenbank-Chef Jerome Powell bei dem Wirtschaftsclub in Washington und nach den Verbraucherpreisen die letzte Woche unter den Erwartungen lagen bei gleichzeitig enttäuschenden Wirtschaftsdaten. Das Juli-Verbrauchervertrauen war enttäuschend. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir spätestens zur September-Tagung eine Zinssenkung bekommen werden. Die Frage ist eher, wir haben ja Ende Juli auch noch eine Tagung, nur 5% Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung schon Ende Juli. Aber die Frage wird sein, ob die Wahrscheinlichkeit vielleicht doch in den nächsten Tagen hier auch ein bisschen steigen wird. Wir haben heute Abend nach dem Closing übrigens auch eine Rede von US-Notenbank-Chefin, also Notenbank von San Francisco, von Daly. Sie hatte bereits am Freitag betont, dass im Prinzip das Thema Zinssenkungen jetzt gesenkt sei. Sie rückt also auch zunehmend ins Lager der Tauben. Also, das Thema Wahlen hilft der Wall Street, das Thema Zinspolitik hilft der Wall Street. Der dritte Faktor, die Berichtssaison hat begonnen. Goldman Sachs und BlackRock haben beide Ergebnisse gemeldet. Man muss bei beiden etwas genauer hinschauen. Die Zahlen sind besser als erwartet. Goldman kann leicht profitieren, aber der Teufel liegt im Detail, wie auch schon am Freitag letzter Woche bei den Zahlen von JP Morgan und der Citigroup. Goldman also konnte, wenn man mal die einmaligen Faktoren rausrechnet, die Erwartungen des Marktes schlagen, aber nur leicht. Der Umsatz lag auch leicht über den Erwartungen des Marktes. Das Investmentbanking war enttäuschend. Naja, über 20% Wachstum im Vorjahresvergleich. Das ist nicht schlecht, aber es konnte nicht die Erwartungen des Marktes einhalten. Man ging hier von mehr aus. Der Aktienhandel, der Rentenhandel, der lief dafür in der Tat besser als erwartet. Und wir hatten deutlich weniger Rückstellungen für mögliche Schieflagen als erwartet. 280 Millionen statt 470 Millionen Dollar. Auch hier muss man sagen, das ist immer so eine Art Ventil für ein großes Finanzhaus, die Zahlen auch mit zu managen. Unterm Strich gesehen, ja, es war ein Ertragsbeat, die Schätzungen wurden geschlagen. Aber die Qualität des Beats war jetzt nicht die beste. Bei BlackRock waren auch die Ergebnisse besser als erwartet. Aber die Kapitalzuflüsse waren sowohl im langfristigen Bereich wie auch im kurzfristigen Bereich etwas schwächer, als die Wall Street erwartet hatte. Und im Großen und Ganzen ist die Makronachrichtenlage nicht die beste. Die Einzelhandelsumsätze in China sind im Juni wesentlich langsamer gewachsen als erwartet. 2 Prozent. Im Mai waren es noch 3,7 Prozent. Das ist eine ziemliche Abkühlung. Gleichzeitig mahnen Burberry und Swatch, dass insbesondere das Geschäft in China weiter abkühlt. Swatch spricht davon, dass der chinesische Markt bis Jahresende für die Luxusgüterindustrie eine Herausforderung bleiben wird. Man sehe eine scharfe Nachfrage, Abkühlung in diesem Segment. Keine guten Omen und Worte auch für Louis Vuitton natürlich und Burberry ebenfalls mit einer Warnung. Die Dividende wird hier gestrichen. Man geht davon aus, dass das erste Halbjahr mit einem operativen Verlust abschneiden wird. Die Umsätze der schon länger geöffneten Geschäfte in Asia Pacific und in the Americas sind um 23 Prozent eingebrochen. Das ist wuchtig. Auch der CEO muss gehen und wird ersetzt. Der gesamte Luxusgüterbereich ist dementsprechend in Europa unter Druck. Man wird hier an der Wall Street dementsprechend auf die Zahlen von Richemont achten, die am kommenden Dienstag gemeldet werden. Natürlich auch französischer Luxusgüter-Gigant. Und damit bleibe ich mal bei den Ergebnissen, bevor ich zum Tech-Sektor komme. Wir haben diese Woche sehr viele wichtige Zahlen. Wir haben die Bank of America morgen und Morgan Stanley. Wir haben United Health auch morgen. Morgen Abend dann J.B. Hunt. Wir haben am Mittwoch Johnson & Johnson. Mittwochabend dann United Air. Wir haben am Donnerstag Domino's Pizza, Taiwan Semi. Und da gibt es heute sehr positive Analystenstimmen. Und Netflix dann am Donnerstagabend. American Express am Freitagvormittag. Also die Woche wird, was Ergebnisse betrifft, sehr bewegt sein. Und ich komme mal zum Tech-Sektor. Supermicro wird im Nasdaq 100 Walgreens ersetzen. Das bedeutet also, mehr ETFs müssen bei Supermicro zugreifen. Und wir haben Medienberichte, dass Google in fortgeschrittenen Übernahmeverhandlungen steht. Mit dem Cybersecurity-Startup Wiz. 23 Milliarden Dollar. Das Preisshirt wird gemunkelt. Das wäre einer der größten Übernahmen in der Geschichte von Google. Der Deal mit HubSpot ist dafür vom Tisch. Amazon. Positive Story heute im Wall Street Journal. Hier wird nochmals betont, dass Investoren davon ausgehen, zweistellige operative Margen dürften beibehalten werden. Also sehr bullish auch hier. Apple soll wiederum in Indien ein Umsatzwachstum von über 30 Prozent gesehen haben in den letzten zwölf Monaten. Acht Milliarden Dollar. Das bewegt die Nadel bei Apple noch nicht gewaltig. Aber das Wachstum in der Region ist hoch. Und damit komme ich jetzt mal zu den Analystenkommentaren, von denen es heute einige gibt. Wir haben Apple, Loop Capital. Die lagen bisher sehr daneben. Die Aktie wurde seit Jahresauftakt hier nur mit Halten eingestuft in einem sehr müden Kursziel von 170. Jetzt wacht der Analyst auf und sagt, Moment mal, unser neues Kursziel wird jetzt mal um, was weiß ich, 90 Prozent angehoben. Wir sehen den Wert jetzt bei 300 Dollar. Ich hoffe mal, das ist kein Anti-Indikator. Jedenfalls betont man, dass Apple eine Art Blaupause, ein Basecamp wird oder werden könnte für Verbraucher in Sachen generative AI. AMD, die Citigroup, hebt das Kursziel auf 210 an und sagt, die Berichtssaison, das zweite Quartal für AMD dürfte ein positiver Katalysator sein. Ja, die Bewertung ist hoch, aber das Ende der Fahnenstange dürfte hier nicht erreicht sein. Das sagt auch TD Cowan. Hier wird das Kursziel auch auf 200 Dollar angehoben. 210 Dollar sogar das Kursziel. Und die Aktie wird mit Kaufen eingestufen. So, und jetzt im Schnelldurchlauf. Nvidia bei auch TD Cowan auf den Kaufempfehlungslisten. Das Ziel steigt auf 165 Dollar. Fundamentale Stärke sei weiterhin vorhanden. Netflix meldet ja die Woche auch Ergebnisse. Moffat Nathanson, das ist jetzt kein so großes Investmenthaus, aber immerhin, das Kursziel wird auf 565 angehoben. Die Aktie bleibt aber nur bei neutral. Taiwan Semiconductor, da wissen wir ja schon seit letzter Woche, dass die Umsätze besser laufen, als man erwartet hatte. Das hatte das Management gemeldet. Jetzt werden also diese Woche die eigentlichen Quartalszahlen gemeldet. Die Aktie konnte in diesem Jahr 80 Prozent zulegen. Und man bleibt bei Needham dabei, dass das Ende der Fahnenstange nicht erreicht sei. Die Quartalszahlen diese Woche dürften schlagen und die Aussichten dürften erneut angehoben werden. Das Kursziel wird von 168 auf 210 Dollar nach oben revidiert. Also nach wie vor sehr viel Applaus für den Tech-Sektor. Sehr spannend, was wir jetzt mit der Berichtssaison sehen. Denn letzte Woche, die eigentliche Story ist vor allen Dingen das Comeback der ungeliebten Werte und der Sektoren. Der Russell 2000. Beste Handelstage jetzt seit über einem Jahr. Die Lücke zwischen dem Russell 2000, dem S&P gleichgewichtet und dem S&P börsengewichtet, ist letzte Woche deutlich geschrumpft. Und diese Tendenz könnte durchaus anhalten. Zumal in der Berichtssaison vor allem die Schätzungen für die ungeliebten Sektoren ja auch eher gesunken sind. Die Messlatte hängt also auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Insgesamt rechnet man mit 9,3 bis 9,5 Prozent Ertragswachstum bei den Unternehmen im S&P 500. Die Messlatte hängt hoch, sagt Goldman Sachs. Bei FactSet betont man aber, wenn die Historie sich wiederholt, also wie viele der Unternehmen normalerweise schlagen und der Prozentsatz, um der geschlagen wird, bleibt, dann dürften wir im zweiten Quartal in der Berichtssaison eine Ertragswachstum von über 12 Prozent sehen, statt der erwarteten 9 Prozent. Tja, bin gespannt, ob es so kommt, denn die Wirtschaft kühlt ja eher ab, war unlängst doch eher stärker enttäuschend. Bin gespannt, ob da die hohen Erwartungen und Hoffnungen tatsächlich auch bedient werden. Ich wünsche einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder, bis dann.